New Super Luigi U Spielstand gemacht, weil ich will ja nicht schon vorgespielt haben hier drauf so, die Münzen haben wir ja alle und hier ihr seht ja dieses da diese Miniröhre da denkt man doch, da muss man rein ja, irgendwas ist da wahrscheinlich aber, ich hab grad keinen Minifilz, aber hier im Boden, damit hat man überhaupt nicht gerechnet und zum zweiten Mal sowas und das rote Fähnchen verrät uns schon hier ist das Secret ja, Secret Secret der sagt das so cool ich weiß nicht, irgendwie mag ich, wenn Luigi was sagt oh, Moxie wie man Moxie spielt, hab ich euch ja schon gesagt ne, entweder halt ZL oder ZR drücken, also gedrückt halten aber, wenn man das hier macht ich mach das mal, ihr könnt das natürlich nicht sehen, aber hier passiert leider nix ich glaub das hab ich euch noch nicht gezeigt ne dass da noch nix passiert aber, äh sagen kann ich's ja nur ich kann's euch ja nicht direkt zeigen und so schnell geht das auch ohne Stern diesmal oh, tausend Dank ja, danke da kriegen wir ein P-Eichel eine P-Flughörnchen ein Power-Hörnchen genau, Power-Hörnchen ist auch ein guter Name ja, die Sammlung sieht schön aus mhm ja, dann machen wir erstmal das weil da hab ich ja gesagt das reiche ich euch nach und ich weiß jetzt auch wo die ganzen Dinger sind so, dann noch ein Stückchen weiter so, hier war ja die erste oh, so soll's es nicht sein so, und hier ganz blöd irgendwie ist da glaube ich ein fliegendes unsichtbares Teil weil irgendwie ist das immer an einer anderen Stelle so, wo ist denn das jetzt da? ihr habt ja gesehen da bin ich schon ein paar Mal hingesprungen aber da tauchte die nie auf also immer nur irgendwie zufälligerweise so, dann sammeln wir noch mal ein paar Minzchen ein dann kommen wir vielleicht in den Level ab ne, noch nicht ganz aber fast und einen kleinen Applaus haben wir bekommen ach, noch ein paar Minzchen ach, Level ab jetzt endlich ach ne, jetzt hab ich gar kein Blümchen oder ach genau, die bekommen wir ja jetzt ach Mist nein ich muss euch leider was sagen oder können wir da nicht dran weil Moment zeig euch das mal eben hier hier unten ist das und ich wenn ihr die ganze Zeit hinbeißt und ich hab kein Power kann ich da nicht rein auch nicht mich kurz düteln lassen oder so ähm haben wir da noch was sinnvolles im Inventar nehm wir mal ne Eichel dann haben wir wenn es ist äh ein bisschen Puffer an Leben aber wahrscheinlich jetzt schaffen wir das ohne Probleme schaffen wir vielleicht auch diesmal was schneller jetzt hat es doch geklopft anscheinend ist sie doch immer links ich weiß nicht warum das nicht immer klappt direkt egal jetzt holen wir uns wenn es ist unser Leben zurück falls oh ne doch noch nicht so und runter dann rutschen wir mal wieder über das Plateau ah knapp aber jetzt oh doch ein Blümchen mhm dann nehmen wir die doch mal sofort nein nein geht doch so und jetzt können wir da rein und hier ist die Sterlmünze das ist so fies versteckt das das sieht man überhaupt nicht oder aber jetzt haben wir wenigstens die Münzen gekriegt und das Secret geschafft und Mopsi gefunden oder geschnappt eher gesagt und jetzt können wir noch das Secret machen und dann können wir in die Welt rein gehen weil wir gehen ja nicht das Secret entlang schlüpfrige stricke schlüpfrige stricke stricke das ist nichts das ist nicht so fies das ist so fies das ist so fies das ist so fies Uiuiuiui. Hart hart hart. Nehmen wir mal einen Power-Up. Hoffentlich hilft das. Also wir dürfen uns jetzt nicht irritieren lassen von hier vorne. Da ist nix. Nein 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 nein. oh bin ich dumm irgendwie ist es jetzt nicht besser als beim letzten partner dann brauchen wir noch mal eins auf die p eiche will ich ungern nehmen das ist für mich bisschen schieten so geht es auch warum nicht gleich so nachkommen wenn wir lieber den der hilft uns wahrscheinlich mehr oder was ist denn hier los runter runter Nein, 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 nein! Uh, das war aber knapp. Aber jetzt, huhu! Da wäre ich ja fast gestorben. Haha, Feuerbruni. Uh, und dann Pixel! Ne, nicht Pixel, Luigi. 8-Bit Luigi heißt das ja, ne? Aber man kann ja auch Pixel sagen. Dann dürften wir doch jetzt das Level geschafft haben. So, leider kein Power, äh, One-Up. Ego, Ego. Dafür, dass ich einmal gefehlt habe, aber richtig, oder ne zweimal, lief das Level ganz gut. Oh, die Eiswelt. Oh, ne Eichel. Ein Flughörnchen-Eichel. Wo führt denn dorthin? Nach da unten. Schon wieder ne Abkürzung. Joho! Alle Sternmünzen, wofür das wohl gut ist. Jo, wir speichern natürlich. Wie immer. Haben wir denn schon alle in den anderen? Eichelönen. Eichelönen, Sandkuchen. Ja! Achso, es war ja nur einer davor. Ich dachte schon, wir wären schon in Eis. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Aber egal. Ja. So. Eiswürfelfelle. Gehen wir mal kurz hoch. Damit wir wissen, welcher der, äh, dritte ist. Weil ich will ja den dritten machen. Und dann. Sieht auf jeden Fall schön aus, die Welt. Dann gucken wir mal hier rein. Okay, das sieht man noch nicht. Minzmeer. Die sieht auch sehr schön aus. Natürlich in HD. Oh! Ein rosa Yoshi. Die rosa. Ne, oder. Ich weiß ja gar nicht, ob die männlich oder weiblich sind. So. Dann gucken wir nochmal kurz rein. Okay. Anscheinend ist das Minzmeer der dritte. Dann gehen wir mal. Ein Strand der tausend Strandhüten. Hütten. Warum Hüte? Ja. Ach, Münzeln. Ne, da ist nichts. Aha. Oh, die Münze. Äh, Eis, Eis. Ne, Schlimmfeuer. ja gut jetzt jetzt nehme ich alles zum glück ist sie noch nicht weg wir können sogar ein weil manchmal da ist es ja auch nur täuschung und 8 bit luigi und da direkt wieder auf aber habt ihr gesehen da sieht aus als wird er gerade schwimmen was haben wir denn hier in den münzen ach da haben wir jetzt die wasserfälle umgang du bist aber gemein lässt uns gar keine chance herauszukommen ich komme von unten da hast du keine chance haben wir ja mit glück die münze bekommen nur weil wir da ein bisschen randale machen ich war doch so knapp am ziel habe ich nicht auf die zeit geachtet die sollten lieber in zehn sekunden sind dieses geräusch mache und nicht wenn ich direkt das level reinkommen ja genau am anfang war nichts oh was ist hier los ja egal aber ich brauche es nicht so holen wir uns noch mal das eisblümchen haha da bin ich so dann müssen wir jetzt noch mal dasselbe machen leider ist bestimmt langweilig immer wieder die gleiche stellen zu sehen ich versuche mich auch zu beeilen denn muss ich natürlich ach egal ach Junge was soll denn das jetzt ach 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 schon wie der tot das geht doch nicht so schnell der pilz hingeholt so jetzt da rein da rum da da blümchen ja jetzt haben wir sie wenn es ist alle dann schwimmen wir noch mal schnell da runter da da kommt dann immer das kling her hört die doch auch immer oder wenn wir im wasser sind immer kling kling so jetzt so jetzt machen wir dann immer platt oh warum habe ich das nicht so sofort gesehen einfach geklappt das denn jetzt nicht ah geht doch so nochmal alle kaputt gemacht so und drauf und den auch noch so 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 und auch habe ich wieder was erreicht so was merke ich nie ich gucke nie auf die zeit irgendwie ab Gott cool cool So, dann sind wir jetzt im Minzmeer und haben das erste Level schon geschafft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, tschau!